Wer kennt sie nicht? Die gigantisch geschwollene Lendenlafette des italienischen Porno-Superstars aus Hardcore-Sex-Filmen wie Niki Loves Rocco, Batmans European Vacation oder der geilen Ass-Collectors-Reihe. Genau, wir reden von Rocco Sifredi, dem Mann, den Roche und Böhmermann-Produzent Matthias Schulz bis vor 10 Minuten für unseren Gast Rocco Schamoni hielt. Dabei ist es das Multitalent Rocco Schamoni, eben jener nicht weniger legendäre Punk-Pop-Megastar, den wir heute in unserer Runde begrüßen. Der 1966 als Tobias Albrecht in Lütjenburg, Schleswig-Holstein geborene Autor, Regisseur und Spaßkünstler ist Teil des Gag-Kollektivs Studio Braun, stellt erfolgreich Schrift und macht Musik. Schamonis Superhits wie Der Mond, Diskutier oder CDU sollten in keiner Playlist fehlen. Rocco Schamoni ist Töpfergeselle und hat seine Ausbildung mit der Note 3 abgeschlossen. Wenn der Vater einer Tochter nicht gerade am Deutschen Schauspielhaus Hamburg inszeniert, macht er Wahlkampf für die Partei, die Partei. Wer braucht schon den Pimmel von Rocco Sifredi? Rocco Schamonis sexuelle Energie ist bereits atemberaubend, wenn er angezogen ist. Oder Charlotte?